Dam, 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 dadadadadam, dam, dam, dadadadadam, ahoy, herzlich willkommen bei meinem Kanal und naja, es ist eigentlich Kips Kanal, aber den sieht man hier fast nie und wenn, dann testet der Gummistiefel, nein, Spaß beiseite. Wenn ihr dieses Video seht, ja, dann stehen wir kurz vor 1000 Abonnenten. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Gerne bitte noch mehr, gerne bitte noch mehr Kommentare vielleicht. Die Spore-Spiele, die machen wirklich richtig viel Spaß. Ja, wir stehen auch kurz vor der Stammesphase, dazu auch, dann geht's dann auch weiter. Aber, äh, zurück zum Thema. Wenn ihr dieses Video seht, stehen wir kurz vor der 1000 Abonnentenmarke und wenn die erreicht ist, werde ich live ein Spiel spielen, wo es ein bisschen gruselig wird. Hahaha, dann könnt ihr einen, äh, Red Panda mal sehen, wie er sich fasziniert in den Pelz macht, ja. Juhu, 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 alles nur Spaß. Natürlich habe ich keine Angst und, ähm, äh, das ist alles nur gespielt. Juhu, juhu, juhu. Ja, also, wie gesagt, ich erinnere euch gerne noch einmal daran, bei 1000 Abonnenten werde ich live ein Horror-Spiel spielen. Ja, also, äh, seid gespannt darauf, äh, bleibt neugierig. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag, Abend, Nacht oder wann ihr dieses Video seht, ja. Ähm, nur bitte nicht bei der Arbeit am Smartphone gucken, weil das gibt's Probleme. Ähm, ja, da fragt ihr aber besser Kripp, ja. Hahaha, gut. Also, bis dann. Eine schöne Zeit noch, bleibt neugierig und ich freue mich auf euch. Äh, und ihr euch hoffentlich auch auf mich. Äh, bis dann. Tschüss. Tschüss.